Ja, lieber Spyro, vielen Dank für diese aufbauenden Mitteilungen hier. Teile des Reaktors brennen. Personen wurden kontaminiert und verletzt. Einige Personen befinden sich noch im Reaktorgebäude und können es nicht verlassen, weil der Ausgang von einer brennenden Gasleitung blockiert wird. Bringen Sie die Lage vor Ort unter Kontrolle. So, das heißt... Um den Reaktor herum hat sich ein radioaktiver Bereich gebildet. Nur Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzügen können sich in diesem Bereich gefahrlos bewegen. Wir sollten unsere restlichen Einsatzkräfte von diesem Bereich fernhalten. Aber jetzt mal ernsthaft, Leute. Hier stand vorhin ein LKW, ne? Warum steht der jetzt nicht mehr hier? Okay. So, dann... Wow. Werden wir schon mal ein wenig vorsorgen. Dann werden wir hier einen Streifenwagen hinschicken. Jawohl. Weil besser ist das. Dann brauchen wir einen Ingenieur. Ist in Arbeit. Ach, hier die? Jackpot. Ganz großes Kino. So, die beiden Dekontaminationsfahrzeuge brauchen wir natürlich auch. Die stellen wir uns mal... ...da hin. Okay. Die Rettungstransportwagen... ...stellen wir uns mal alle mal hier hin. Notarztwagen... ...stellen wir uns... ...wo stellen wir uns die hin? Hm. Gut, dahin sagen. Oh, das haben wir. Jetzt wichtig, wir brauchen einen Rüstwagen. ...für die Axt. ...für die Axt. Oh, äh... ...Drehleiterfahrzeuge, aber das... ...Löschflugzeugkommandofahrzeug stellen wir wieder hier hin. In Ordnung. Sofort. Sofort. Ich würde sagen... ...los geht es. Und die ganze Truppe setzt sich in Bewegung, wie wir unschwer erkennen können jetzt gerade. Ich brauche genug mit ABC-Masken. Ja. Ich brauche genug mit ABC-Masken. ...warten wir jetzt erst einmal, da warten wir jetzt erst einmal, da warten wir jetzt erst einmal... ...darauf, dass... Wir benötigen einen Ingenieur, der die gefährliche Gasleitung ausschalten kann. Wissen wir? Innen des Reaktorgebäudes befinden sich noch eingesperrte Personen. Wir können sie erst befreien, wenn das Gas abgeschaltet ist. Oh. Aber da müssen wir leider jetzt erst einmal drauf warten, dass die Einsatzkräfte vor Ort sind. Oh. Okay. Nein, die Frau Merkel schicken wir da nicht rein. Ich weiß gar nicht. Gibt es in... Gibt es überhaupt, äh, in Berlin ein Atomkraftwerk? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. So, die Tanklöschfahrzeuge sind da. Bin bereit. So. Wenn wir es schaffen, den Reaktor zu löschen, wird auch die Gefahr durch austretende radioaktive Teilchen beseitigt. Solange das Gebäude brennt, ist der Bereich um den Reaktor herum nicht sicher. Ja. Das wissen wir schon. Zu Befehl. So, die Gasleitung bitte reparieren. Bin bereit. Kein Problem. Erwarte Befehle. Zu Befehle. Du holst jetzt bitte eine Axt. Erwarte Befehle. Alles klar. Oh, das Kommandofahrzeug löschen. Sie haben die Gasleitung repariert. Wir können die Türen jetzt mit Hilfe eines Feuerwehrmanns öffnen. Ja, der Feuerwehrmann hat sich die jetzt schon geholt. Um Personen zu dekontaminieren, die mit radioaktivem Teilchen in der Gerung gekommen sind, muss ein Feuerwehrmann mit ABC-Schutzanzug eine verstrahlte Person ins Dekontaminationsfahrwerk führen. Ja, bin dabei. Wissen wir. Wissen wir. Erwarte Befehle. So. Bin dabei. Bin bereit. Wird erledigt. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Es war mal wohl eins in Brandenburg und eins in Mecklenburg. Sie haben alle in Gebäuden eingeschlossenen Personen befreit. Weiter so. Äh, ja? Okay. Erwarte Befehle. Jawohl. Höre. Sofort. Erwarte Befehle. In Ordnung. Ist in Arbeit. Erwarte Befehle. Oh, der nächste wird behandelt. Wird erledigt. Ja. Jawohl. Jawohl. Was geht's? Ich bin dabei. Was haltet ihr immer davon, wenn ihr euch auch mal am fröhlichen Löschen beteiligt, hm? Okay. Sofort. Du Vollnug musst das eigentlich wissen. Mhm. Gut. Erwarte Befehle. Das Reaktorgebäude brennt nicht mehr. Es besteht keine Gefahr mehr. Ja? Das Fluchzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Gut. Okay. Erwarte Befehle. So. Alles klar. Erwarte Befehle. Sofort. Aber wie sieht's jetzt hier aus? Jawohl. Erwarte Befehle. Was geht's? Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. So. Alles klar. Was geht's? Zu Befehl. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Jawohl. Bin bereit. Wir müssen ja auch irgendwie hier einen Überblick drüber haben. Kein Problem. Erwarte Befehle. Der als nächstes bedürftig ist, ne? Kein Problem. Nee, die Leute will ich nicht heilen. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Am Reaktor hat sich eine radioaktive Wasserdampfwolke gebildet. Der Wind treibt sie in nordöstlicher Richtung zum Wannseebadestrand. Wir sollten sofort alle Personen, die sich dort aufhalten, evakuieren, bevor sie verstrahlt werden. Wenn zu viele Personen verstrahlt werden, wird der Einsatz scheitern. Okay. Erwarte Befehle. So. Jawohl. Erwarte Befehle. Kein Problem. So. Wir hatten ja Gott sei Dank hier unten schon einen Schleifenwagen platziert. Was geht? Verstand. Erwarte Befehle. So. Verstanden. Die werden ja schon vom Notarzt versorgt, Leute. Was? Um zu verhindern, dass Personen kontaminiert werden, sollten wir sie von radioaktiven Bereichen Scham halten und die aus den Bereichen herausbewegen. Leute, das ist doch jetzt ein Scherz, oder? Wofür die Person kontaminiert? Also jetzt war offen gestanden, das ist doch jetzt ein Scherz. Ein LKW ist in den Reaktor am Wannsee gerast und hat dort eine Explosion ausgelöst. Durch die Explosion tritt radioaktive Strahlung aus dem Reaktor aus. In unmittelbarer Nähe des Reaktors besteht Kontaminationsgefahr. Achten Sie auf die entsprechende Markierung auf Ihrer Übersichtskarte. Teile des Reaktors brennen. Personen wurden kontaminiert und verletzt. Einige Personen befinden sich noch im Reaktorgebäude und können das Licht verlassen, weil der Ausgang von einer brennenden Gasleitung blockiert wird. Bringen Sie die Lage vor Ort unter Kontrolle. Also, Leute. Um den Reaktor herum hat sich ein radioaktiver Bereich gebildet. Nur Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzügen können sich in diesem Bereich gefahrlos bewegen. Kein Problem. Wir sollten unsere restlichen Einsatzkräfte von diesem Bereich fernhalten. Liebe Leute, das kann doch wohl jetzt echt nur ein schlechter Witz sein, oder? Und erledigt. Ich hole die Leute zu langsam vom Reaktor weg. Aha. Vielleicht habe ich sie einfach auch nur falsch platziert. Ist in Arbeit. Weil, hä, ich meine, möglich ist das. Oh, einen Rüstwagen brauchen wir natürlich auch. Wird gemacht. Oh, vier Tanklöschfahrzeuge brauchen wir definitiv. Die Positionieren aber direkt hier oben. So. Äh, weiter im Programm. Drehleiterfahrzeuge. Jetzt sind wir auch mal da hin. Ist in Arbeit. Oh. 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 Bin dabei. Bin dabei. Sperren wir jetzt mal die Straße mal komplett ab. Alles klar. Jawohl. So. So. Dann ist jetzt ein Streifenwagen gefragt. Der die Leute da definitiv wegspringt. Alles klar. So. So. Oh. So. Oh. Die Feuerlöschfahrzeuge haben wir jetzt auch. Das Dekontaminationsfahrzeug haben wir jetzt auch beide. Die Drehleiter haben wir rausgeschickt. Das Feuerlöschbrot ist Blödsinn. Die haben wir auch alle rausgeschickt. Ein Streifenwagen, mehr brauchen wir eigentlich nicht. Weil sonst gefährden wir ja die anderen. So, los geht's. Ihr denkt da alle so negativ. Zur Erklärung an die YouTube-Zuschauer. Ich habe den Trüffel und den Spyro zeitgleich hier in meinem Chat. Die erklären mir dann auch gerne mal. Weil die haben einen bisschen größeren Überblick darüber. Die erklären mir dann auch mal, wo ich im Zweifelsfall was anders machen könnte. Deswegen nicht wundern. Aus dem Chat kriege ich halt die Nachrichten teilweise. Ich darf er nachdenken. Vomö Felgen. Hahaha. Klar. Ya!